Das Stadtcafé im Frieda-Rudolf-Haus, direkt im zauberhaften Grün des Büsing-Parks von Offenbach am Main gelegen, besticht mit allerlei Köstlichkeiten und einer tollen Idee. Acht Menschen mit Beeinträchtigung sorgen gut eingebunden in das Serviceteam für ihr Wohlbefinden im Stadtcafé. Genießen Sie die herrliche Lage, die stressfreie und stille Momente inmitten der pulsierenden Stadt ermöglicht. Die Sonnenterrasse des Stadtcafés eröffnet den Blick zum Büsing-Palais und lässt so ganz nebenbei herrschaftliches Flair aufkommen. Die Gäste werden mit saisonalen Spezialitäten wie Rotwild oder aktuellen Salaten verwöhnt. Wer es lieber iberisch mag, ist beim Paella-Schaukochen bestens bedient. Auch der weitum bekannte Apfelstrudel und die Weihnachtsbäckerei bescheren dem Stadtcafé viele Fans, die exzellente Küche und tolle Atmosphäre mit Live-Musik besonders schätzen. Feiern Sie auch Ihre Hochzeit im Stadtcafé Offenbach. Das Team berät Sie gerne. Das Team berät Sie gerne.